Hallo zusammen, ich bin Lia. Ich mache die Lehre als Fachfrau Betreuung für Menschen mit Beiträchtigung auf dem Vrienisberg, unser Dorf. Und ich zeige dir, was ich heute alles mache. Kannst du mitkommen. Meine Haupttätigkeiten sind unsere Klienten zu unterstützen bei Aufgaben, die sie selbstständig machen können. Oder sie begleiten, zum Beispiel beim Ämtli machen, wo ich ihnen Tipps gebe oder sie einfach zu leiten. Etwas, was mich zum Strahlen bringt, ist, wenn ich einen Klienten wieder lachen sehe, der vielleicht nicht so gut ist gegangen in letzter Zeit, wo man technisch merkt, dass man durch die Verbindung, wo man etwas Gutes immer tun konnte. Ich finde es mega schön, im sozialen Bereich zu arbeiten, weil einem Klienten sehr viel geben. Man lernt viel von ihnen. Und es ist schön, wenn man zusammen so ein Ziel erreichen kann. Wenn man sich hier auf dem Vrienisberg, unser Dorf, bewerbt, muss man sicher sehr kommunikativ sein, viel Eigenverantwortung tragen können und sehr geduldig sein. Ich hoffe, der Einblick hat dir gefallen. Und wenn ja, dann bewirb dich doch auf dem Vrienisberg als Fachfrau Betreuung für Menschen mit Beiträchtigung. Ich gehe jetzt hier noch die Medikamente verteilen und dann sehen wir uns sicher schon gleich. Tschüss! 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 Tschüss!